Hi, ich bin der Lothar Leder, ich bin extrierer Profi, habe fünfmal hier in Rot den Ironman gewonnen. Ich bin die Nicole Leder, auch über fünfzehn Jahre lang kriert noch Profi, konnte zweimal hier gewinnen. Das Wichtigste für uns, das Potenzial ist unser Körper gewesen als Profi, aber auch jetzt für jeden anderen Amateurathleten ist es einfach wichtig, dass er belastbar im Alltag ist und auch in der Freizeit und wir sind über Freunde aufmerksam geworden, auch regulart pro. Deswegen sind wir auch dankbar, deswegen sind wir im Team. Die Regeneration spielt bei uns eine Riesenrolle, deswegen sind wir auch hier und wir kosten jetzt einfach mal. Prost! Also das Wichtigste ist eigentlich für mich von den Regular Pro das Metabolic, weil bei uns eigentlich der Stoffwechsel zum Regenerieren immer laufen muss. Auch für die ganzen Amateurathleten im Job. Und nebenher noch der Stoffwechsel. Die müssen schnell regenerieren und da ist der Stoffwechsel das Entscheidende. Deswegen ist für mich das Regular Metabolic so das wichtigste Produkt eigentlich im Sportbereich. In diesen eineinhalb Jahren kann ich sagen, habe ich alles, was mit meinem ganzen Rhythmus zu tun hat, massiv verbessern können. Das heißt, mein ganzes Körpersystem funktioniert seitdem viel besser und ich bin so begeistert, dass ich auch alle möglichen Produkte von Regular getestet habe und war verblüfft über die Wirkung.